bismillahirrahmanirrahim färschollen in berlin baiar für berlin super raiar denkt jan jufäckiru jan er sieht einen kurzen moment aus dem großen fenster sehen er sieht einen kurzen moment kurzen aus dem großen fenster im fenster der groß kibir zonig 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 keine wolken la sohub das wetter der weather der 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 taqs einfach toll bebasata raiar er freut sich hoi jedbisit seine freundin maia sahbitu maia kommt heute tigi nahrada aljau zu ihm lo gajjalu jani auf den reichstag gajjalu ala ili reichstag kibir hei gajjia ili reichstag fai über auf den reichstag ok akizat zum ersten mal le awel marre marre jani marre allas zum ersten mal l marre til ula er will ihr seinen arbeit arbeitsplatz hier im restaurant und natürlich auch ein stück berlin zeigen taip er will juri du jaja le sahbitu jani akhre gumla zeigen hoais ija an ho yforg jorri hei hei seifrraga iba jaja fein fein arbeitsplatz arbeit jani yamal arbeit jani mkan arbeit jani mkan l'amal fai zifrraga iba zeinen arbeit platz mkan l'amal betaahu hier huna im resturant fi il resturant fil matram und natürlich und betakid auch ein stück berlin ein stück berlin jani hitte min berlin japan japan will ihr seinen arbeitsplatz hier im resturant und natürlich auch ein stück berlin zeigen hoaisi vor rogha maia ist erst ein gutes halbes jah in dieser stadt maia ist she is jah erst ein gutes halbes jah 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 kweiss jah Ist erst ein gutes halbes Jahr in dieser Stadt. Hier in dieser Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Medina. Diese Stadt, diese Medina. In dieser Stadt, die hat eine Stelle. Anwalt, die Stadt, die Stadt. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Als ich anwalt spreche, die Stadt, die Stadt, die Stadt. Anwalt ist ein Stück. Anwalt ist ein Stück. Anwalt ist ein Stück. Das ist ein Stück. Bei Dr. Welch. In Dr. Welch. Parf raw mit Dr. Welch. einem bekannten anwalt einem bekannten anwalt als anwaltsgehilfen bei dr welch einem bekannten anwalt anwalt und sie arbeitet sehr viel und sie arbeitet sehr viel und sie arbeitet sehr viel für ein Touristenprogramm hat sie bis jetzt keine Zeit für ein Touristenprogramm le Programme siachy hat sie kann sie bis jetzt bis jetzt keine Zeit keine Zeit keine Zeit wenn sie ein Programme siachy zu den 6 Stunden der Blick von hier über Berlin der Blick die hier die View von hier von hier über Berlin von hier über Berlin einfach großartig bebasatet momtas großartig denkt ihr jufäckiru ein Stück Kuchen Kuchen Ketat Cake einen Tee das macht 7,80 Euro 7,80 Euro stimmt so تمام keda danke كnehmer jufäckiru jufäckiru ein Christopher jufіль e Danny clean jufäckiru jufatta wir jufäckiru 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 ge+, jufäckiru 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 지난 jufäckiru iufäckiru jufäckiru jufäckiru schön يعني ein echter Berliner ein echter Berliner 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 ein echter Berliner ein echter Berliner avec ein echter Berliner Berliner auch hier oben kament schäfen hier oben Yuna fuk. Denkdjahn. Denkdjahn. Yufakkrz yahn. Yaddiwahihda hubyyytkallim lagai Berlini. Tamamii. Ulajil b chama dhaut yuna fukk. Yufakkiru yahn. Meist haben wir nur Turgisten. Vilghalib haben wir. Fakat Turgisten. Nur Turgisten. Fakat zuyach. Und ab und an mal einen Apgeordneten. Ab und an Ab und an Ab und an Ab und an Man kann es im Treben sein Ab und an Ab und an Ab und an Ein und der anderen kann man jemanden über die Parlamagne Besonders Unser die Leute Das bedeutet, dass er unserer Unterricht verbunden ist. Er nimmt schaden. Er nimmt schaden. Er nimmt schaden. Er nimmt in gleich den Teller und die Tats zumindest. Er nimmt schaden. Er nimmt schaden. Er nimmt gleich den Teller und die Tatsumit. So, jetzt noch an dem Tisch, an dem Tisch, an dem Tisch, an dem Tisch, da kassieren und Schluss für heute. Hier kassieren, wenn wir fahnen, wir haben den Cash, und Schluss für heute, und jetzt wieder, ich gehe dann, ich gehe dann, ich gehe dann, Tschüss, bis Montagabend. Ich sage, ich gehe dann, ich gehe dann, ich gehe dann, ich gehe dann, Tschüss, bis Montagabend, bis Montagabend, also, bis zwei. Ja, machs gut, machs gut, machs gut, ich sage dann, ich mache gut, also, okay, ich sage dann, ja, machs gut, und viel Spaß, viel Spaß, Spaß, yeah, fun, a lot of fun. Have fun, yeah, have a lot of fun. Ruft sein Kollege, Yasiru, au Junai, die sein Kollege, Semiel, betal und lacht. Er weiß von Jans Verabredung mit Maya. Er weiß von Jans Verabredung mit Maya. Jan zieht seine Jacke an und geht aus dem Dachgartenrestaurant und geht aus dem Meier und er sind an der Glaskuppel verabredet. Meier und er sind an der Glaskuppel. Das sind nur ein paar Schritte. Das sind nur ein paar Schritte, also ein paar Schritte. Ich arbeite da, wo andere Schlange stehen für den Eintritt. Ich arbeite da, wo andere Schlange stehen für den Eintritt. Ich arbeite da, wo andere Schlange sind. Jan freut sich. Jan besitzt. Mabsoot Jan. Zuerst zeige ich ihr Berlin von oben. Er geht an die Brustung. Er geht an die Brustung und genießt die Aussicht. Er schaut auf sein Armband Uhr. Er schaut auf sein Armband Uhr. Er schaut auf sein Armband Uhr. Er hört auf sein Armband Uhr. Er ist vierte vor eins. Es ist vierte vor eins. Er 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 reicht ein paar Jahre. Maja muss jeden Moment da sein. Maja muss jeden Moment da sein. Vielleicht trinken wir erst noch eine Weiße. Vielleicht trinken wir erst noch eine Weiße. Eine Weiße, nur mit dem Bier. Dann, nachher geht es insha'Allah. Super, heil, denkt Jan, jufakiru Jan. Er sieht einen kurzen Moment aus dem großen Fenster. Aus dem großen Fenster. So nicht. Keine Wolken. Das Wetter. Einfach toll. Er freut sich. Er ist schade. Er ist ein bisschen. Seine Freundin Maja kommt, sahbettet Maja kommt heute, dieg die heute zu ihm. Gehialu zu ihm auf den Reichstag. Gehialu an den Reichstag. Zum ersten Mal, die erste Mal. Er will ihr, er will ihr. Er will ihr, 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 seinen arbeitsplatz hier im restaurant hin und natürlich auch ein stück berlin in berlin zeigen ist erst ein gutes halbes jahr in dieser stadt meier ist erst hier in dieser stadt in dieser stadt sie hat eine stelle schuglange Als Anwaltsgehilfen bei Dr. Welch und Dr. Welch einem bekannten Anwalt, Anwalt Maruf, und sie arbeitet sehr viel, und hier arbeitet sehr viel, sehr viel, für ein Touristenprogramm hatte sie bis jetzt keine Zeit. Für ein Touristenprogramm hatte sie bis jetzt keine Zeit. Der Blick von hier über Berlin, der Blick, der Mann war von hier, von hier, von hier, über Berlin, einfach großartig, bebasierte, exzellent. Und momentan denkt er, jufakiru, ho hat zahlen bitte. Darf am in Fadlak? Der Herr am Fenster hat es eilig. El Sayyid, janebel Nafida, misstabig. Ja, sofort. Ey, wachalan. Sie hatten ein Stück Kuchen. Hadewak, achat ein Stück Kuchen, yani Kötet Kuchen, Kötet Cake, einen Tee, Chey, das macht 7,80 Euro. Da ja'mil 7,80 Euro, yani 7 Euro, tamanin. Stimmt so? Tamam, kida? Danke, shukran, und einen schönen Tag. Das ist auch mal, wenn ich es wäre, oder? Ich bin ein Stück Kuchen. 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 Das ist auch noch ein Stück Kuchen. Lieber die Frauen, die Frauen zu haben. Also ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen, der Herr liegt? Ich bin ein Stück Kuchen. Wir sehen uns nur Touristen, und ab und dann, und immer wieder ein Abgeordneter, kann man ein Abgeordneter finden, einen von den Nueben in der Parlament. Er nimmt gleich den Teller, und er nimmt den Teller, und die Tasmet Er kommt mit dem und der Tasmet und der Tasmet und der Tasmet der Tasmet und der Tasmet und der Tasmet Der Tasmet So, jetzt noch an dem Tisch Dann das ist so jetzt noch an dem Tisch der Tasmet und der Tasmet und der Tasmet hier und der Tasmet und der Tasmet der Tasmet der Tasmet der Tasmet Ich gehe dann Ich gehe dann Tschüss bis Montag Abend Salam إلى 2 Ja, machs gut Bye Bye und viel Spaß und viel Spaß ruft sein Kollege und lacht Juna die Samir er weiß von Jans 4 April mit Maja er weiß von Jans 4 April mit Maja Jans zieht seine Jacke an Jan Jelbis und geht aus dem Dachgarten Restaurant und Dachgarten Restaurant Maja und er sind an der Glaskuppel verabredet Maja und er mit das hat das sind nur ein paar Schritte nur ein paar Schritte Ich bin Ich bin ein Glücksspelz und er denkt er ich arbeite da wo andere Schlange stehen für den Eintritt heißt andere Schlange Tawabir Tania Schlange die die stehen für den Eintritt stehen für den Eintritt يعni waffien Jan freut sich Jan Zuerst zeige ich ihr Berlin von oben Zuerst zeige ich ihr Berlin von oben er geht an die Brüstung er ruht zur Trabzine und genießt die Aussicht und er standt auf dem Manser er schaut auf seine Armbanduhr er schaut auf saa Es ist viertel vor eins Maia muss jeden Moment da sein Maia vielleicht trinken wir erst noch eine weiße ein Bier wenn noch weiß dauert und super denkt Jan er sieht einen kurzen Moment aus dem großen Fenster Sonne keine Wolken das Wetter einfach toll er freut sich seine Freundin Maia kommt heute zu ihm auf den Reichstag zum ersten Mal er will ihr seinen Arbeitsplatz hier im Restaurant und natürlich auch ein Stück Berlin zeigen Maia ist erst ein gutes halbes Jahr in dieser Stadt sie hat eine Stelle als Anwaltsgehilfen bei Dr. Welch einem bekannten Anwalt und sie arbeitet sehr viel für ein Touristenprogramm hatte sie bis jetzt keine Zeit der Blick von hier über Berlin einfach großartig denkt er zahlen bitte der Herr am Fenster am Fenster hat es eilig ja sofort er sie hatten ein Stück Kuchen einen Tee das macht 7,80 Euro stimmt so danke und einen schönen Tag wünsch ich Ihnen auch mal ein echter Berliner auch selten hier oben denkt Jan Meist haben wir nur Touristen und ab und an ab und an ab und an mal einen abgeordneten er nimmt gleich den Teller in die Tasse mit so jetzt noch an dem Tisch da kassieren und Schluss für heute Wochenende ich geh dann tschüss bis Montagabend ja machs gut und viel Spaß ruft sein Kollege und lacht er weiß von Jans Verabredung mit Maya Jan zieht seine Jacke an und geht aus dem Dachgarten Restaurant Maya und er sind an der Glaskuppel verabredet das sind nur ein paar Schritte ich bin schon ein Glücksspilz denkt er ich arbeite da wo andere Schlange stehen für den Eintritt Jan freut sich zuerst zeige ich ihr Berlin von oben er geht an die Brüstung und genießt die Aussicht er schaut auf seine Armbanduhr es ist viertel vor eins Maya muss jeden Moment da sein vielleicht trinken wir erst noch eine weiße dann assalamualaikum wa rahmatullah ein das war ein das ist das das